Ich wollte hier, um zu sehen, ob ich die Krabbe machen kann, um schnell dann Level 3 zu bekommen oder je nachdem, ob Graves die macht oder nicht, werden wir dann sehen. The Adventure Continues! Schön von Vel'kos hier. Er sieht nicht so aus, als ob Graves gerade zudeckt, wobei die Krabbe es noch gar nicht ab. Dann wissen wir jetzt schon mal, wo der Graves ist, dann können wir oben rum. Nice, der verpasst Zeit. Ich müsste jetzt eigentlich direkt die Krabbe machen. Oder direkt seinen Blue Clown, das würde auch gehen. Ich mache erstmal die Krabbe. Und mit Smite gehe ich dann nochmal zu seinem Blue. Der dauert jetzt aber hier mit den Autotecks. Smite macht 430, wir gucken mal genau hin. Der Graves war hier noch gar nicht. Ich weiß nicht, wo er ist, aber wir können ihn weiter counten. Ich bin nur noch mal. Ich kann es nicht mehr in die Hälfte machen. Ich bin nur noch mal in der Hälfte Schuss. Okay, gut. Ich kann es nicht mehr in die Mitte. Einmal in die Mitte. Und dann geht's mit Zürgen. Der Graves ist hier Okay, er ist raus Geil, Alter, der Graves kriegt gerade gar nichts Oh, das ist zu gut für uns Der Graves ist gerade mal Level 3 Sehr geil eigentlich gerade Also, Nunu ist so solide, Leute, wartet Da kommt noch mehr Da kommt noch mehr Okay, die Asche hat mich gespottet Die weiß, wo ich bin Oh Gott, ich könnte sogar noch weiter Junglen Der ganze Bereich hier ist offen, aber ich habe viel Gold Ähm Bisher konnte ich nur der Kassel helfen Und ganken, das war eigentlich Die Lane, wo ich Am wenigsten Chancen gesehen habe Okay, Botlane pusht langsam gegen Ist gut, da würde ich gleich mal hingehen Ah, die pusht doch die Bot Armer Jax, ey Der braucht eigentlich so dringend Hilfe Verdammt, Graves ist gerade da, wo ich nach oben rolle Go T-Yedi Go T-Yedi Jawohl Cassio regelt Na ja, die haben nicht richtig gepusht Stark! Ich versuche die noch einmal zu canceln hier sogar Die Ash ist auch schon weg Graves ist schon respawn, sein Dings ist ab Macht keinen Sinn, ist zu greedy, wenn der Echo da ist Mein Blue ist gone Ah, die Catelyn ist super unterwegs, das hat die auch sehr schön gespielt Sven-Walski, dank für die Dono Vielen lieben Dank, was schreibst? Ich habe gerade nicht so viel Zeit in den Videos zu schauen, weil ich in der Uni Klausuren schreibe Dennoch von mir ein kleines Geschenk Viel Glück bei deinen Klausuren! Und danke, dass ich überhaupt die Zeit um es hier reinzukommen Lernen lieber, Bishop Das wird jetzt spannend, aber der Jax braucht meine Hilfe Hatsi 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 Na, macht sie den Pinkwood noch? Oh mein Gott! It's happening! Wunderbar. Kassio hat doch schön reagiert und wie wir uns immer gegen heilen mit dem Fressen, damit kommt auch gerade keiner zurecht. So, jetzt kleihe ich da mal den Pinkwood schnell. Sehr gut, Leute. Nunu ist ein sehr guter Teamspiel-Champion. Baby Ash hat mich wieder gescoutet. Graves 0-3, Leute! Wenn Graves nicht Snowboarden kann und Powerfarm, dann kriegt er Probleme. Schade, der ist gerade berggegangen. So, dann gehen wir auch nochmal shoppen. Bob wird hart gefightet. Diesmal schaffen sie's. Na, Janna. Kriegt den Wirbel nicht ganz! Puh, überlebt aber! Tank-Item! Linea-Tubbies. Let's go! Bot. Noch ein Pinkwood schnell. Na, das ist das, was Graves will. Der will jetzt bisschen Gold abgreifen. Wie weit kommen wir? Wir kommen... Müsste reichen eigentlich zum Turm. ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, vielleicht doch nicht. ... ... ... ... auch noch am flashen hat trotzdem nicht gereicht der graves hat egal wo ich gerade hinlaufe leute ich feiere nur nur so hart ich weiß viele finden den nicht gut aber ich feiere ihn so hart und jedes mal funktioniert es einfach auch und jax macht solo sehr geil trotz des flashes so Na gut, dass ich da war. Echo hat es tatsächlich geschürft. Er lobt sie sogar. Warte mal, ich gehe direkt fort. Ich ziehe ihn mal kurz raus, den D. Guckt euch an, wie ich mich gegenheile. Ich kann mir ein Drittel Leben komplett direkt holen. Ich kann mir ein Drittel leben. Wir sind so nervig. Na, wo ist Graves? Hat er sein Red schon? Sein Red ist gepinkt worden. So viele Leben, die wir bekommen. Okay, Echo und Graves sind da oben. Das ist ein Flasch, der kann Flasch. Leute, überall wo wir sind. Und wir sind so beefy. Oh, D.A. 1, wir kommen, Alter. Woo! Lasst auf jeden Fall mal ein Like oder ein Follow für diesen Stream. Leute, was ist los? Gefällt euch, was ihr seht, oder nicht? Nuno ist mega. Nuno ist mega. Und schon heißt es, Jungle Difference. Der Jungle-Main-Nunu schlägt wieder zu. Er ist ja auch clean gerade. Na, Velcos, was willst du tun? Okay, das kann er machen. Hauptsache, er lässt unsere Shelly. Na, ich glaube, ich kann sogar den Echo 1v1. Sollte eigentlich gehen. Ich bin unzerstörbar gerade. Okay, das hat der Echo nicht schlecht gemacht. Wurde sogar ziemlich gefährlich, ehrlich gesagt. Oh, happy day. Ja, Leute. Sehr geil, würde ich mal sagen. Ich bin froh, dass ich Nunu gepickt habe. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, why. Warte hier und mach den D. Alter, guck dir ja, wie man sich heilt mit der Q, ne? Unglaublich. 4.400 Gold. Neunmal Braum-Negative. Hier kommt der D. Hier kommt der D. Leute, ich war eben gerade nicht zerstörbar. Was denkt ihr, wie leicht man mich jetzt kehren kann? Death Man's Plate, Kindle Jam. 2.500 Leben. Immense Heilung mit der Q. Good luck. Wocky Waffle, entspannter Stream bisher. Freut mich, dass ihr gefällt. GG. GG. Das ist schon wieder ein gutes Game für YouTube. Weil man einfach sieht, wie geil Nunu sein kann. Ich glaub's nicht, Leute. Wir haben heute die Performance. Heute sind wir richtig gut dabei. Alles funktioniert, was wir uns vornehmen. Cassio. GG. Well played. Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Das perfekte Game. Wir sind auf 67 Punkten. Die A1 ist nicht mehr fair. Damage sehen wir hier. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst alles an den Supporter, was ihr könnt. Und einen spannenden Tag noch. Haut rein, liebe Freunde. Macht's gut.